und damit ein moin moin und herzlich willkommen zurück bei rissen so wir sind jetzt ein wenig weiter ich habe die gut übersprungen weil das war natürlich für mich und wir sind jetzt hier das wir waren hier schon mal und als ich auf der weg zum hafen statt war da waren mir die viecher ein bisschen zu viel ausgeteilt haben aber jetzt mit der neuen rüstung sollte das kein allzu großes problem sein und da bin ich auf dem level aufgestiegen das freut mich so die frage ist wir wollen so viel mit denen könnten wir damit machen können halt schlüsseltaschen das kann man machen schmieden kann man lernen um zu gucken was ich überhaupt herstellen kann aber es gibt halt leider kein teleport zauber deswegen gehe ich jetzt nicht noch mal zum banditenlager zurück ich könnte auf 41 44 stärken oder ein stärkepunkt habe ich denn nicht irgendwo etwas was erfahrung plus zehn nicht ersterke plus eins das heizt theoretisch könnte ich diese geile waffe beim schmied zum banditenlager holen alchemie könnte ich aber auch machen um trinke herzustellen habe ich jetzt mal genug schwierig 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 und ich mach mal ein paar davon muss doch unbedingt viecher töten die mir fleisch geben mittlerweile habe ich doch ein wenig ein wenig wenig so gut wir wollten ja ich finde schon einen weg ich glaube ich stand eine weise deswegen bin ich deswegen nicht das letzte mal nicht hier lang was ist wenn ich den davon um klatschen bzw ich habe jetzt ein passierschein hey du sei vorsichtig wenn du hier herum läufst das gebiet ist noch nicht gesichert ich pass schon auf du bist ein ganz harter kerl was ja pass auf mir ist egal was du hier machst oder zu wem du gehörst aber dir sollte eins klar sein was zwischen euch banditen und dem orden läuft geht mich nichts an solange du keinen ärger veranstaltest kriegst du auch kein cool dankeschön hast du erlebt wie die ruinen aus dem boden gekommen sind ich habe es nicht gesehen aber viel darüber gehört es fing an mit einem erdbeben und dann brach überall auf der insel die erde auf und die ruinen kamen ans tageslicht krass naja gut ich meine wenn uns einfach durchlässt man immer reingucken schade bestimmt nicht oder hey jemand da ne ok cool ähm ja hier waren die wahrscheinlich schon jungen alter sorry ich habe mich gerade zu tode erschreckt ich habe mich zu tode erschreckt das war ganz so laut und so aus dem nichts ach ja alter krass ach guck mal da ist doch direkt ich glaube das ist gut dass wir noch nicht rein können wenn ich das wie ich da sehe ist das tatsächlich gut dass ich da nicht reinkommen aber ja guck mal wie geil ich bin ok dann den zweiten auch noch ne ok kann es sein dass dann jetzt ja diese dinger hauen ganz schön rein kann ich nicht aber wie kann ich irgendwas irgendwie muss man doch reinkommen da gibt es dann hintereingang aber vielleicht die chinesa oder irgendwie so was der heilung dies dass eile nautilus kann man sich vielleicht auch einfach in ein nautilus ich speicher mal nautilus verwandeln und dann durch die stäbe durch und dann aber theoretisch schon theoretisch schon naja ich lade mal ich will diese rolle hat einfach nicht verschwenden weil Grape Weil, seien wir mal ehrlich, theoretisch würde das funktionieren, aber das Spiel hat den Gittersteben vielleicht keine so richtige Hitbox gegeben, wie es eigentlich sollte. Aber na gut, ich kann hier gerade erstmal nicht durch. Nein, nein, da kann ich nicht. Okay, ciao. Wahrscheinlich besser so, weil gegen diese Heuschrecke, Grille, was auch immer das war, dagegen komme ich nicht an. Das weiß ich noch. Also unser Auftrag ist jetzt sowieso gerade da hochzulaufen, aber, so ist es mich ja lange oder weniger. Ich möchte halt, glaube ich, erstmal zu dieser Ausgrabungsstelle. Ich werde danach halt zwar nicht direkt zu denen hingehen und sagen, dass sie da hingehen sollen, aber dann habe ich das halt erstmal aus dem Weg geräumt. Ah, haha, gar nicht erwischt, blöde Sau. Hoho, nein. Aha. Ja, das Schöne ist, wenn man gegen Wölfe und so kämpft, die können nichts im Block können. Das ist das Schöne. Aber, ziemlich flink und welchen aus und, äh, sind oft nicht alleine. Gut, ich muss hier lang. Äh, speichern. Oh, das ist ein Gnome. Der eine, der linke, hat in der Nase gepuchelt. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, aber der linke hat gepuchelt. Oh, das ist ein Gnome, aber der nicht passiert. Ich bin mir nicht aktuell. Und das ist ein Gnome. Aber, ob ich mich jetzt auf den Nase sprechen möchte, Ich bin mir nicht gegenüber. Ich bin mir einfach über das Ganze geschehen. Ich bin mir nichtcepter der Guerreiro. Ist einfach das dann zu einer gehalten? Und, die kann man sich aber schon ausprobieren? Ah, da, Werkzeugbottel. Enthält Metallnieten und Nägel. Ah, nee, das ist die Quest für den Schmied im Hafen. Den soll ich doch Altmetall bringen. Cool. Und dann haben zumindest Goblins. Solche Taschen. Muss ich Augen offen halten. Dauer. Ich merke schon, vielleicht wäre es eigentlich gar nicht so unklug, mal vielleicht doch die, äh, den Rabenschnabbel zu holen, aber, hm, nee, passt schon. Noch komme ich klar. So, ich wollte ja, hau mal zu. Okay, das macht zu viel. Das ist dumm, was ich hier gerade mache, aber, naja, gut. Gut, so viel mehr hat das jetzt auch nicht, äh, aber, ja. Da liegt es doch ein bisschen auch mit den Levels zusammen. Egal. 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 Rüstung sieht trotzdem besser aus. Auch wenn es nur eine Jägerrüstung ist, ja, ähm, da könnte es was Besseres geben. So eine Kriegerrüstung zum Beispiel wäre geiler. Oder direkt einfach die Rüstung vom Don. Na. Oder vielleicht sogar noch, noch was Besseres. So, du hast doch ein bisschen Werkzeugbottel dabei, oder? Nee. Bin enttäuscht. Dein Popeln da gelogen, Kumpana. Der war cool da drauf. Der hatte wenigstens etwas dabei, was ich brauchen kann. Du bist ein Nichts. Das ist eigentlich Schande für deine ganze Sipp Rüstung. So. Ach ja, also das mit dem Looten, äh, man darf mir halt echt kein Spiel geben, wo man, wo man geil looten kann. Oder allgemein looten kann. Das ist dann einfach, ich bin wie so ein Staubsauger, so, alles meins. Ähm, wir sind schon fast da, tatsächlich. Sich mal, da, 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 ja. Sich halt irgendwie nur, weißt du was, die kletzsche ich nochmal um. Weil Erfahrung und so. Und weil mein Nebenbüro, mein, alter. Äh, nicht nur gut, gut ist, sondern auch, äh, ich hacke alles glitz und klein. Ach, alter. Ja, spaßig. Kommen sie her, kommen sie ran. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Aber, aber. Toll. Das Ding ist, da steht ein Haus. Ich hab keinen Bock zu heilen. Es wird dunkler. Das heißt, ich geh erstmal zum Haus hin. Äh, Ostküste. Okay, okay. Ah, ich seh schon. Ich seh schon. Ein Goblin. Ist nur ein Goblin, das ist gut. Äh, genau. Aua. Da ist der nächste. Oh, guck mal, wie viele da sind. Äh. Äh. Nehme ich einmal eine 6. Wow. Ich hätte irgendwie hofft, dass es mir halt. Auch mit Stein zu werfen. Oder Bücher, oder was das war. Oh, guck mal, wie viele da sind. So. Ja. Aber das Schöne ist, die Gnomens, die Gnome, haben Essen dabei. Das ist nice. Alter, guck mal, wie viele da sind. Wenn ich mich vielleicht außen rum schleichen. Ah, ist da gleich einer. Ah, Häuptchen. Aua. Aua. Ah, ich muss abpassen, weil. Ach, wer hat. Äh, Holzfäller-Axt. Okay. Knüppel. Also, wenn er wirklich eine Holzfäller-Axt dabei hat, aber mit dem Knüppel gekämpft, das ist nicht so cool. Oh, oh. Weißt du, wenn man, wenn man dann halt länger blockt, dann hauen die halt nur einmal zu, anstatt drei, vier Mal. Äh. Äh. Ja, aber auch zu, ja auch zu heulen. Ja, auch Sachen zu schmeißen. Das ist unfair. Das ist schon ein vier... das ist schon ein 4 gegen 1 kam ja dann spielen die kacke auch noch her und schweißen einfach flaschen bücher steine geht einfach mal gar nicht klar naja bleibt mir glaube ich nichts weiter übrig als mal so dann noch mal speichern und dann kann ich jetzt in ruhe glaube ich auch nicht allemal ich meine ich habe euren euren häuptling getötet eigentlich sollte die moral dieser gnome komplett dahin sein toll jetzt nehme ich sie auseinander ohne schaden zu nehmen jetzt habe ich den trank glaube ich fast um sonst genommen das traurig also fast fast um sonst keins auch nicht alles gut ist sie uns vielleicht hat da drei von 15 alter das kann noch ein dicken dauern bis ich die alle gefunden haben wo kann ich denn natürlich kann ich jetzt pennen natürlich habe ich auch einen zu großen trank genommen aber ach komm es ist egal ruhe zehn werkzeugbeutel bitte ein kleiner rubin den nehme ich auch gerne und den nehme ich doch auch gerne so müssen wir nachspenden bitte bitte kein sturm oder so danke danke gut er hat mich natürlich so ein bisschen vom weg abgekommen grab motten oder spalten falter oder weiß der geier wie heißen es natürlich keine grab motten weil sie halt in keinem grab sind aber ja gut ich muss da oben hin glaube ich und ja ich werde da auch hingehen aber nebenbei ihr wisst es doch muss das machen das schöne ist wenn man jetzt halt so lange in der hafenstadt da konnten wir nicht wirklich so wildes getiert hüten um an fleisch zu kommen jetzt aber wieder draußen sind habe ich auch schon wieder ja gut sechs hohes fleisch ist irgendwie wenig aber irgendwie mit mehr gehofft aber na gut wenn man halt irgendwie wir für gehen ja kein fleisch und diese falter sind ja auch kein fleisch ja ungünstig aber die goblin zusammen zumindest gebratenes fleisch dabei gehabt so zivilisiert sind sie schon dass sie waffen nehmen kleidung tragen und fleisch braten so kaputt 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 wäre das schön dass ich ihn gerade mit einem schlag im prinzip so doll auf den kiefer gehauen habe bis er ein rückwärtssalto gemacht hat das sind dann doch die bestätigungen die man gerne sieht ich muss da lang und auf ich den hingen was soll ich wollte ja außen rum jetzt habe ich mich gerade selber verwirrt da muss ich dann aber aber jetzt ist es doch der fleischer der ich bin jeder ich bin jeder das ist das ist grund genug leute ich bin jäger ihr könnt ihr lesen ich jäger ich dass das ist meine aufgabe wildtiere zu schlachten und looten ist halt mein hobby gut gebe ich zu das ist ein kampfhaftes hobby ja aber es ist ein hobby ja meine andere sammeln auch krampfhaft briefmarken was natürlich auch looten ist aber um auf einen punkt zurück zu kommen ich habe kein problem okay ihr habt ein problem und ja ja 90 erfahrung schon die ganz peter dich umklatschen im zehn und zwanzig zumindest so jetzt kann ich dann am ende des tages hoffentlich ihren scheiß sein ist ein bisschen geld bringend verkaufen das war schön weil ich hab 1000 mir scheiß jäger aus dunkel geblättert hingeblättert goblins ich hab grad dein hauptling kaputt gemacht als ob du ein problem für mich darstellen und haben dann auch nicht mal haben die sind so frech dass sie mich angreifen und besitzen dann noch mal die frechheit keinen wegzeugbeutel dabei zu haben oder schrott oder was auch immer das war ich bin einfach nur enttäuscht so kommen sie an kommen sie her wer will noch mal wer hat noch nicht ein paar auf die fresse dann wird staub gesaugt jetzt krallen also flügelstaub und die flügel werden an mich genommen keine sorge euer tod wird ihr werdet nicht umsonst sterben das wollte ich sagen eure flügel und so die werde ich gut wieder verwerten und ja gut da muss ich hin aber ich glaube das hier ist nicht der eingang dafür oder ich gucke halt trotzdem mal so ich kann ja mal auch guck mal die quest ist sogar noch aktiv ist doch gar nicht dieser das ist und der freut sich der häuptling dem ist das egal der geht einfach weg aua 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 guck mal wie unfair das ist wenn ich freunde herhole und dann so ne kacke mit euch macht dann dann kann ich bestimmt auch also hört auch damit kann doch nicht sein hier ich würde ein faires eins gegen eins gegen euren häuptling machen um euren stamm hier zu übernehmen und dann macht dieses was so dafür muss ich euch halt leider kackklappen ja kommt ihr alter jetzt hör auf richtig nervig wo man halt halt einfach mal nicht angegriffen wird und einfach nichts dagegen machen kann weil die halt etwas schneller angreifen die kleinen huren kinder zu brennen der hölle tricken stinkenden fischer so vier von 15 weg zu beurte meine güte so viele gnome abgeschlachtet war das eine karotte und goldene karotte ist so eine rübe heutzutage sind drüben goldene karotten weiß doch jeder so okay ich glaube einer war hier noch oder nicht ach komm das war ja klar ach verdammt ja perle was schön dass diese überfliegen wieder sind das ist so stinkt ich bin der meinung ich habe irgendwie was ich glaube von mir aus zu sagen dass es nicht alle gelootet habe aber natürlich auch einfach nur egal so haben wir noch mehr genomen oder vielleicht was schlimmer ist okay komm sehr klang die skelette nicht so unverkämpft wie die genomen ist alles in ordnung wir haben schon mal gegen skelette gekämpft aber da hatte ich meinen ganzen trug dabei aus dem manditenlager ich finde ich finde das schön dass ich gerade so ein powerangriff gemacht habe während er in der luft war halt einfach wie ein zeitlager in der luft stand das war vielleicht nicht ganz durchdacht vom spiel hatte hat auch die zu blocken mann das glätzt ist schon tot und kämpft trotzdem so krass um zu überleben wie keine ahnung kein zweiter Da ist noch einer, aber zum Glück auch noch einer. Hier ist Gold. Ich weiß halt nicht, wo wir rauskommen, wenn wir da weitergehen. Deswegen loote ich erst mal. Nummer eins, Priorität hier, looten. Siehst du, das hat sich gelohnt. Da oben gehe ich mal nicht weiter. Ich gehe jetzt mal runter. Nette Ausbeute. Ah, nette Ausbeute. Ist halt beziehungsweise so, okay wir sind, naja. Ich fordere dich zum Duell heraus. Bluten hier die Skelette? Ne. War das bei Elex? Oder wo haben die Skelette geblutet? Irgendwo, in irgendeinem Spiel, was wir schon, glaube ich, gemacht haben, haben die Skelette geblutet. Ne, das war Kostik 3. Kostik 3 haben die Skelette geblutet, wenn man die gehauen hat. Ja. Oh, fucking Skelett-Krieger. Also schon, äh, was, was anderes. Ja, doch eine andere Waffe. Das ist, Keule, ne? Okay. So lange der letzte Schlag trifft. Dieser Slamdown. Dann ist alles gut, weil der macht am meisten Schaden. Ah, toll. Aha. Wir haben ein faires Duell draus gemacht und dabei nicht. Wir haben es gehalten. So, was war das jetzt? Eine Dornkeule war das nur. Okay. Ja. Weißt du was? Ich mach mal... Wusch. Okay, mach nur das. Wusch. Ist halt eigentlich nicht schlecht, sowas zu haben. Äh. Das sind so viele. Das sind vor allem zwei Skelett-Krieger mindestens. Ich weiß nicht, was der da oben am Thron ist. Was auch Krieger ist. Wollen wir mal so. Das ist die Skelett-Krieger. Oh ja. Ja? 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 Nein? Hahaha! Siehst du, da das jetzt auch kein fairer 1 gegen 1 Kampf ist, heil ich auch. Ist mir egal. Aber guck mal, der hat einen coolen Schild. Und wenn die Waffe halt so eine geile Zweihandwaffe ist, eigentlich, wäre das halt ein Win-Win. Weil ich gerade zur Seite gelaufen bin, weil ich eigentlich zur Seite rollen wollte, habe ich überlebt. Okay. Aua. Okay, das war dumm, 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 dumm, dumm. So, ich trinke noch einen. Och, Alter. Och, komm, dieses... Och, wie unfair ist das denn jetzt? Och, Mann. Es lief so gut. Och, Mann. Das macht mich echt traurig, weil ich gerade so einen Fehler gemacht habe. Weil ich gerade so einen scheiß Sprungangriff gemacht habe. Och, Och, Mann, ey. Feuerball oder so habe ich nicht, ne? Ja. Ja, ich habe ja Aufmerksamkeit. Lichtzauber, Witz erzählen. Hm. Kann man das so machen? Bringt das was? Ich glaube Sklette interessieren sich nicht für schöne Frauen. Kacke. Er verschwindet. Na ja, egal. So, um Rot. Aber meine Taktik war... Fick dich. Weißt du, wenn der erste Schlag schon direkt einfach dein ganzes Leben wegkaut. Könnte man so weitermachen. Aber das ist frustriert. Krass, wie frustriert. Okay. Na ja, gut. Dann machen wir das halt so. Kommt her, kommt her. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Toll. Okay, okay, okay. Geh weg. Oh ja! Oh ja! Mann ey. Wollte grad... So eine ausreichende Rolle machen, wie ich das so eh jetzt gemacht habe. Wenn man dann... Tasten... Also... Steu... Alter! Wenn man Steuerung aus einem anderen Spiel im Kopf hat, kann das einen ziemlich... aus der Bahn werfen. Ich wollte... Ich wollte es grad schon wieder machen. Ja. Hab ich verdient. Toll, jetzt werde ich ungeduldig. Das hasse ich, Mann. Nur weil es beim ersten Mal so kacke lief zum Schluss. Was das? Aaaaaaah. Ich hasse sowas. Mann. Aaaaaaah. Weißt du, wegen so nem kleinen Kack. Dann direkt in der ersten... Beim ersten Mal zu verkacken. Es lief so gut. Aber da ich es jetzt schaffen will, vor allem noch in dieser Folge, werde ich halt ungeduldig. Und das... Fickt mich gar nicht. Sich nervig. So. Toll. Jetzt reicht es halt auch nicht mehr, um einfach nur... Zurück zu gehen. Also... Oho. Glück habt's. Hä? Oho-oh-oh-oh-oh-oh. Oho-oh-oh-oh. Ja. Oho. Oho-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oho-oh-oh-oh. So, tötet den Purke, Patros, Koss, 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 Koss. Ich heil mal, weil ich keinen Bock hab, das immer zu machen. So, jetzt da nur noch einer da ist, wird's auf die gute alte Art und Weise gemacht. Es dauert zwar, aber es funktioniert. Ist auch der Arsch, der einen Pfeil abbekommen hat. Toll, weg mit dir. Ah, Dornenkeule, okay, okay. Einer Hunenschild. Der hat eine hohne Skelettbeschirm, das ist ja cool. Und? Also, Schriftstück. Cool. Schälespalte. Äh, da ist der Schälespalte 28, schade. Ist auch nur ne Einhandlache. Gut, das Hunenschild ist aber besser als das, was ich habe. Deswegen benutze ich das. Sieht auch viel besser aus. Guck mal, wie cool das ist. Ähm. Was haben wir hier noch? Ähm. Da. Mein letzter Ausblick. Zeigt mir jemanden, der noch keinen Fehler gemacht hat. Doch ich fürchte, dass meiner meinen Untergang bedeuten wird. Der Versuch, mit schwarzer Magie die Kontrolle über die anderen Burgherren zu erlangen, ist leider nur zum Teil geglückt. Denn die Geister verlangen einen tödlichen Tribut. Ich spüre, dass der Preis, den ich jetzt zahlen soll, mich vernichten wird. Ich muss ihnen die Vasallenringe wieder abnehmen und sie zusammenführen. Sonst wird mich der Fluch bis in alle Ewigkeit verfolgen. Patroskon. Alles klar. Das hört sich nach einer Aufgabe an, die ich machen werden muss. Der hatte glaube ich keinen Ring dabei, ne? Ne. Der hatte keinen Ring dabei. Ah. Jetzt nehme ich alles mit. Das ist meins. Das ist meins. Gut. Ähm. Schauen wir mal. Vielleicht ist hier irgendwo eine Kiste mit seinem Ring. Kann ich mich da hinsetzen? So dumm. Knochen. Ich meine, das ist, das ist schön, schön, äh, schön gemütlich hier auf jeden Fall. Ist da einfach nix. Nicht mal ne Truhe oder so. Das ist jetzt, das ist traurig. Aber na gut. Ich beende mal hier an der Stelle die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich habe euch Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, in dem Sinne. Ciao.